Ich schau drauf, dass meine Schweine nur Futter auf einen eigenen Hof kriegen. Dass nichts unerlaubt drin ist. Ich schau drauf, dass die Schweine gesund sind und sich wohlfühlen. Dass man weiß, was fertig herkommt und bis aufgesogen worden ist. Ich schau drauf, dass die Transportwege gekürt sind. Dass man genau weiß, wo das Tier geschlachtet und das Fleisch zerlegt wird. Ich schau drauf, dass alles hygienisch ist. Dass der pH-Wert und die Qualität passt. Und dass das Fleisch immer richtig gekühlt ist. Unsere Sorgfalt. Unser Siegel. Das arme Gütesiegel.